Ja, greifen wir doch gleich mal zurück an. Oh, und das ist um einiges stärker als die vorige Attacke. Und, oh, fast tödlich. Nicht schlecht. Gut, ich würde sagen, Natascha kann jetzt das noch zu Ende bringen. Ja, die hätte ich ja auch so normal angreifen können, aber leider hat die ja nicht so die Bewegungspunkte gehabt. Ja, lass ich jetzt mal bestehen. So. Oh, Diana, der muss auch mal hier ein bisschen aufleveln. Komm, dann machen wir den jetzt mal hier Plot. Ist ja eigentlich ein bisschen blöd, weil ich den mit ihm im Heiler oder so hätte Plot machen können, aber das würde sich jetzt hier gelohnt. Weil unser Hauptcharakter, der muss stark sein. Das geht ja gar nicht anders. So. Gut, das war vollkommen in Ordnung. So, das geht ja nochmal an. Raylan kann von mir aus den Wäschern attackieren. Oh, das ist ja nicht unbedingt stark. Ah, nee, reißen wir den hier weiter an. Hm. Oh. Ja, okay, das geht ja noch. So. Ja, ja, komm, machen wir den jetzt mal hier Plot. So. Sieben Punkte, wow. Nicht schlecht. Gut. Dann können wir hier gleich auch schon den Typen angreifen. Aber mit Glück möchte ich das ja nicht machen. So, das kann von mir aus der mal schon mal erledigen. Aua, ist ja nicht so stark. Hm. Na gut. Dann schauen wir mal, was Eric hier anstellen kann. Nicht viel. Na ja, immer in einen Erfahrungspunkt gekommen. So, dann runden wir den hier mal. Der hält aber schon was aus. Ja, auch wenn es jetzt relativ sinnlos ist, aber hier so ein bisschen zaubern können wir immer noch. Ein bisschen heilen. Das sind ja auch Punkte. So, mein Schiss. Mal gucken, vielleicht können wir den jetzt kaputt. Yo. Genau sieben Punkte. Ja, hat sich doch gelohnt. Ja. Portobello. Hat sich ja nett an. May. Natürlich. Die müssen sie jetzt auch wieder geben. Abonniert. Gut. Ich Jr. Das sind ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Oh, noch eine Mage. Ja, die nehmen doch mal ganz gerne mit. Auf jeden Fall. Das ist immer so schön gemacht. So. So. Das war's für heute. Okay. So, jetzt haben wir wieder die Priester, genau. Oh, und gegen ihn müssen wir auch kämpfen. Okay, das sieht jetzt aber irgendwie... Das kann nicht alles sein. Irgendwas hat er hier wieder vorbereitet. Da wette ich drauf. Ähm, hm, hm. Feigling. Achso, was kann Maiden überhaupt? Oh, Freeze Level... Boah, geil. Freeze Level 2 kann die. Das ist natürlich mal richtig... Geil. Das ist nett. Die sind echt feige. Hat die nicht zuerst gesagt, dass sie hier unten ist wie ein Labyrinth? Also das sieht für mich jetzt nicht so labyrinthmäßig aus. Naja. So, komm, Dawn, Attacke. Ach ja, komm, wir pumpen jetzt hier erstmal May aus. Wupp. Jetzt habe ich mal hier die volle Ladung. Ah, ja, okay. Hm. Eigentlich können wir gleich egressen, weil die ist ja jetzt Level 10. Und dann können wir nämlich gleich erstmal aufleveln. Äh, hier... Äh, was will ich denn jetzt eigentlich sagen? Hier promoten, genau. Ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich erstmal. 16. Nicht schlecht. So, der hat er jetzt... Ach, mit ihm hätte ich doch jetzt Dings bekommen. Ach. Ach. Ich will jetzt Natasche noch einmal. Aber nochmal ein bisschen Freeze hier drauf. Und jetzt ist sie auch Level 10. Also muss ich auf jeden Fall gleich egressen. Auf jeden Fall. Dann mache ich das so, dann soll einer mit Level 9... Vielleicht kriege ich ja noch einen, der auf Level 10. Das wird auch mal ganz cool. Dann gucke ich mal mit Eric hier. Ja, oder auch nicht. Die sind hier nur am Dodgen. Mann, Mann, Mann. So, komm, Dawn jetzt hier. Komm. Level ab, Level ab. Oh, leider nicht. Nein, wie komme ich jetzt gleich mit der, na schon mal? Wie, die resten? So. Genau so.